Oh, ne. Oh, ne. Ich weiß, worauf sich das rausläuft. Oh, das ist das. Riechst du doch schon. Zehn Kilometer gegen den Wind. Willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Weiter geht's im Versteck des Impferators. Wir looten uns durch. Was haben wir denn überhaupt noch nicht gelootet? Ah ja, hier. Die Ritzel. Die gute Tormeisterin Ritzel. Jawohl. Lager. Zeit, um vorzunehmen. Lager. Gut. Das schaut komisch aus. Das schaut sehr komisch aus. Haben wir hier oben noch was zu looten? Ne, ne? Ne. Ritzel haben wir. Zierlack haben wir. Die Ritzel. Kurz vor der Rente war sie, ne? Manometer. Ah, das hier schaut komisch aus. Weißt du was? Hä? Was denn? Oh. Ja. Komm, es sieht auch aus wie eine Tür, ne? Okay. Okay. Ah. Oh. Oh. Schwert des Imperators. Was? My old sword. My first purchase as an adventurer. No use to me anymore. It's yours. If you want it. Jo, klar. Her damit. Was kann das Ding? Gestaltwandler schlechter. Nice. Ey, das kriegt das Stadion. Oh Gott, wir sind ziemlich im Eimer noch, ne? Oh, da sollten wir auch mal was machen. Ich glaube, wir sollten... Wir machen mal eine Short Rest. Time to get going. Fürs Erste. Telekinese. Ja, nehmen wir mit. Natürlich, natürlich, natürlich. Ja, her damit. Let's cure. Ist das... Ist das was wert? Warum habe ich hier noch einen Schweinskopf? Ach, den liege ich in LeSelles' Bett. Ha. Ist das was wert? Äh, ist ja gar nichts wert. Langweilig. So, hier der Kleiderschrank. My old wardrobe. The home of all my disguises. We are what we appear to be. And so appearances matter. Mhm. Oh. Cool. Das, was das so eingefügt hat hier. Nice. Cerebrale Zitadellenrüstung. Die ist zumindest was wert. Äh, leider schwere Rüstung. Naja. Und die zerebralen Zitadellenhandschuhe. Elitiden-Euphorie. Hm. Auch nicht unbedingt nützlich. So. Ah, It-Bank. Die It-Bank ist natürlich am Stissel. Klar. Hm. Was ist das? Ein Tintenfass. Ah, eine Buttergabel. Entschuldigung. Lass ihn mit dem Buttermesser abstichen. Am Ende. Wird eingesackt und verkauft. Dein alter Partner. Ketten. Was ist das? Ketten. Die Ketten, die ich benutze, um meine Essen zu kaufen. Villäne und Verbrecher. Sie sehen, ich habe versucht, Moralität zu erzielen, wo ich es konnte. Ja, ich mag dich trotzdem nicht. Was ist das? Ein altes Container für Gehirn. Wollt. Schade. So, hier. Da könnt ihr nachkochen. Schreibt es mir dann in die Kommentare, wie es geschmeckt hat. Und ob ihr noch lebt. Hundehalsband? Der wird doch wohl nicht... Der wird doch wohl nicht... Nee, der ist nicht Scratch-Besitzer, oder? Ah, der Lumpi. Der Lumpi. Ja, klar. Der Lumpi. I. Der gute Lumpi. Na gut. Quicksave, man weiß nie. Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz... Ja, 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 ja. Schattenherz, du musst ein bisschen was saufen. Nein, Zeit, um zu saufen. Obwohl 16 bis 40 heilen, das ist ein bisschen viel, oder? Komm, gehen wir ihr doch die Popel heiltränke. Mmh. Dann dürfen wir das Geräusch nochmal... Ah. Ah. Oh. Can't give up now. So. Haben wir sonst noch irgendwas? Nee, ne? Passt alles. Die Mantel des heiligen Kriegers haben wir noch. Was macht der nochmal? Heilige Macht. Die Verbündete in der Nähe ermutigt. Hm, neun Meter. Hey, gut looking. Hey, Kalach. Hm. Geh' wir mal, Kalach. Das Grabtuch. Gut. Looking ahead. So. Hey, der Skywalker wieder. Hey, Luke, ich bin dein Vater. Hä, 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 hä. Hä. Rucksack. Nix. 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 Okay. Geh' wir... Ich muss die It-Bank loswerden. Vielleicht auch die zerlegten Schweine. Könnte. Könnte helfen. Eventuell. So, haben wir sonst noch irgendwas zu fudern dabei? Nee, ne? Okay. Hey, Luke. Hey, Luke. Kanalisation? Bitte was? Hier gibt's Loot, ne? Das ist geil. Hey, Astadion. Hier, guck mal. Das nehm' ich. Der Loot ist gar nicht schlecht. Ja. Tue ich aus, ne? Ah, was ist hier los? Wo sind wir? Sumpfgras. Geil. Sumpfgras gab's auch immer in Gothic. Das konnte man... What? Äh, Entschuldigung. Squall! Es ist nicht sicher hier. Es ist zu late für mich. Aber nicht für dich. Oh, nee. As fast as your legs can carry you. Oh, nee. Ich weiß, wo da auf sich das rausläuft. Oh, das ist das... Riechst du doch schon 10 Kilometer gegen den Wind. Das ist Orrin. Wenn das nicht Orrin ist. Es ist keine Gefahr für mich. Es ist nicht so schlimm. War lustig. Nee, das würde LaZelle auch nie sagen. Ich fürchte Orin nicht. Ja, komm, wusste ich's doch. Easy. Ah, kacke. Sie gehört euch. Ah, Gotthash hat mich gewarnt, dass ihr so etwas versuchen würdet. Ahem, Gortash. The little lord of darkness. I know him well. Yes, yes. And he knows me. Knows how my blades sculpt and carve this city. I could peel a fine pelt from the mutt I caught sniffing at your heels. Drag skin from flesh, from bone. I will not slice her kind died too easily. The murder lord demands a better offering. Something new, sticky, sweet and delicious. Astadion ist angewidert. Man sieht's ihm richtig an. Ja, das will jeder. Ich fürchte, er muss warten, bis er dran ist. The murder lord does not need permission to kill. You are dull. A blunt blade, unfit to flay. But you could be sharpened, thin and jagged. Yes, I will tell you what to do. Genug von diesen Rätseln. Sprecht deutlich. You'd prefer my whispers in the tyrant's tongue, hmm? You've heard Gortatel's whispers. I see how your skull swarms with his promises. He whinges and wails over the crown of Karsus, wanting to command it without me. Oh, how I long to slit his poxy smile from ear to ear. But I can't touch him. He bound my blade when we first conspired. Gortatel didn't want me at first. Didn't trust me. Got me to wag my tongue. Swear an oath never to hang him from the hooks. Trip-drain him into father's open jaws. You must kill the tyrant. Take the netherstone from his corpse and bring it to my temple. There, we slice and shred each other. The survivor claims the stones. What's left of the other is Baal's. Agree? And I will bring my assassins to heal. They watch you always, longing to spray the crimson from your veins. Refuse me, and you'll learn what happens to those who defy Baal's doctrine. So will your friend. Oren demands a fight to the death. The prize for the victor, the netherstones. And the chance to control the crown alone. Accept, and you must kill Gortash. Refuse, and your companion's life may be forfeit. As might your own. Oren's assassins will hunt you like prey for slaughter. Ich glaube, wir machen es wie bei Gortash. Wir spielen mit. Und hoffen, dass das Spiel so programmiert ist, dass wir Oren einfach umbringen können. LeSell überlebt, und dann bringen wir Gortash um. Und LeSell überlebt immer noch. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ansonsten, äh, LeSell war schön mit dir. Und, äh, verpiss dich. So sei es. Ich werde Gortash töten. LeSell lebt. Dann kämpfen wir um den letzten Nesserstein. Die Vergangenheit des Zutaten, des Schmerzes und der Humiliation und der Geräusch des Blut, die in die Garten zerbrechen. Nicht überwältigen, seine Stille-Watt. Seid ihr Kradel in der schmerzen und schreier ihre Schmerz. Make sie rast und Blut. Dann, du kannst du die Lordlinge wieder und wieder und wieder. Aber hör' dich, hör' dich, Böne Killer. Step in my domain while the tyrant still sucks air, and I will carve your failure into your pretty plaything's skull. Bring me his stone, and I will set the bait free. Only then can you and I make exquisite butchery. The victor will set the world to slaughter. Das ist Baals' Offer. Er wird nicht einen anderen machen. Ist die, die Analysation. Äh. Das ist aber nicht so geil hier. Da ist ein Hebel. Hm. Ah, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. So eine Magierhand wär's jetzt wieder mal, ne? Haben wir eine dabei? Magier-Rüstung. Nee. Alter. Ey, ich muss dringend mal meinen Char ändern. Ich muss ihm vernünftige Zauber geben und so. Was sie jetzt, glaub ich, machen können, ist mit Telekinese das Ding hier. Ich versuch das mal. Das Ziel kann nicht gewaltsam bewegt werden. Warum nicht? Das ist ein Hebel. Ah, warte. Bisschen ran. Bisschen ran. So. Brauchen gar keine Hand, ne? Geht so auch. Ha, ha, ha. Herr Bombardin, Sie Genie. Ich möchte Ihnen heute an diesem Tage einfach mal sagen, das haben Sie ja fantastisch gelöst, junger Mann. Sie können stolz auf sich sein. Machen Sie bloß weiter so. Und Sie werden einer der größten YouTuber, die es jemals gegeben hat. Ja, easy. Ja, easy, genau. Ey, diese Crits, die machen mich fertig, Leute. Invasionspläne. Boah, das ist ja voll langweilig. Alter. Ja, das ist, das ist wiederum wahr. Aber wo geht's dann hier hin? Äh, bevor wir irgendwie wieder was Blödes machen, ne? Speichern. Let's have a look. Immer schön speichern. Au, okay. Hier geht's quasi in den Balltempel. Aha, okay, okay, okay. Das ist der Balltempel. Gut, da will ich jetzt noch nicht hin. Also, das muss jetzt noch nicht sein. Ach, deswegen hat sie uns da abgefangen, ne? So, wir bauen mal ganz kurz, äh, wir bauen mal ganz kurz hier, äh, Treppen. Ne? Ich hoffe, ich kriege das hin. Mach mal am besten mit Carla, ne? Die kann das am besten. So. Weiß gar nicht, ob's einen Unterschied macht, aber... Ich glaube, eine brauchen wir noch. Ich würde gerne nämlich hier raus. Ah, noch nicht. Aber jetzt. Ja gut, sie kommt halt auch so hoch, ne? Okay, irgendwie klappt's nicht. Aber wenn ich jetzt hier oben stehe, jo. Das klappt. Sehr gut. Nächster, bitte. Und... Arshtarion. Hopp. Ach ja, Bombardier, das haben sie aber wieder hervorragend gemacht. Ich bin sehr stolz auf sie. Machen sie weiter so. Oh, eine robuste Wand, die können wir zerstören. Ja, das denke ich auch. Ich, ähm... Ja, ich knüppel mal drauf, ne? Ah, null Schaden. Sehr gut, Bombardier. Wirklich hervorragend. Machen sie mich schämen. Geht das mit... Klappt das mit dem Dreizack? Ne. Dann müssen wir wieder Waffenwechsel machen. Ich seh's schon. Machen wir wieder Waffenwechsel. Ganz kurz nur. So. Soll's draufhauen. Jawohl. 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 Was ist das für ein Rucksack? Ist das von LeSel oder was? Hm. Okay. Hier ist eine Leiter. Aha. Okay, okay, okay. Also hier... Hä? On my way. Ich hab mich ein bisschen verfranst, glaub ich, Leute. Gibt hier zwei Ausgänge, oder wie? Warum, warum ist diese... Ganz komisch. Kein Zutritt, kein Ausgang. Ja, aber das ist doch eigentlich... Also da müssen wir doch, oder? Also eigentlich müssen wir doch. Und zur Not müssen wir halt neu laden. Aber kein Zutritt, kein Ausgang, das ist doch Pflicht, dass wir da hinschauen. Also da müssen wir doch, was wir da hinschauen, was wir da hinschauen, was wir da hinschauen, was wir da hinschauen. Ach, die Gilde. Die Gilde ist hier. Oh, weia. Das schauen wir uns aber in der nächsten Folge an erst. Das war's wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Gib ein Like, schreib einen Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.